Weil wenn man zusammen tanzt, alles geht besser, wenn man es zusammen macht. Wenn man zusammen an einem Strick zieht, dann geht es einfach besser. Und ich glaube, das würde auch die nächste Tanzgruppe hier auf der Bühne genau so unterschreiben. Sie heissen nämlich Dance Fighters. Sie kommen aus Bremgarten bei Bern und sie können sich euch ebenfalls gerade selber vorstellen. Sie kommen aus Bremgarten mit Bremgarten mit Bremgarten mit Bremgarten. Bremgarten mit Bremgarten mit Bremgarten Bremgarten mit Bremgarten mit Bremgarten Bremgarten mit 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 Bremg Ich bin Musik, ich bin Dose. 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 Ich bin Dose.